Implantate sind künstliche Zahnwurzeln, die anstelle von fehlenden Zähnen in den Kiefer eingesetzt werden und nach dem Einheilen so fest wie eigene Zähne sind. Mit Implantaten können Zahnlücken geschlossen, feste Zähne anstelle von herausnehmbaren Teilprothesen gemacht, Totalprothesen stabilisiert oder ganz durch festsitzende Zähne ersetzt werden. Bei einer Zahnlücke stellt sich immer die Frage, ob sie durch eine Zahnbrücke oder durch Implantate mit Kronen geschlossen werden soll. Für eine Zahnbrücke müssen die Nachbarzähne der Lücke abgeschliffen werden. Die spätere Reinigung der Brücke ist umständlich und Zahnbrücken halten meistens nicht so lange wie Implantate. Außerdem werden sie manchmal als Fremdkörper empfunden. Dafür sind Zahnbrücken innerhalb von etwa zwei Wochen fertig und die Kosten sind geringer als bei einer Implantatlösung. Wenn die Zahnlücke durch Implantate geschlossen wird, bleiben die Nachbarzähne verschont. Die spätere Reinigung ist einfacher und von den Implantaten ist so viel zu spüren wie von eigenen Zähnen. Nämlich nichts. Die Behandlung dauert länger und die Kosten sind höher als bei einer Zahnbrücke. Dafür halten Implantate in der Regel länger als Brücken und werden nicht als Fremdkörper empfunden. Deshalb entscheiden sich heute immer mehr Patienten für Implantate. Wenn viele Zähne fehlen, vor allem die hinteren Backenzähne, könnte man herausnehmbare Teilprothesen machen. Die Nachteile? Auch dafür müssen oft gesunde Zähne abgeschliffen werden. Die Teilprothesen werden manchmal als Fremdkörper empfunden und die Patienten fühlen sich mit einer herausnehmbaren Prothese oft gleich um Jahre älter. Die moderne Variante sind festsitzende Implantate mit Kronen anstelle von herausnehmbaren Prothesen. Die eigenen Zähne bleiben verschont. Es gibt kein Fremdkörpergefühl. Die Patienten können essen wie mit eigenen Zähnen und fühlen sich wieder sicher und jünger. Obwohl die Kosten für Implantate höher als die von Teilprothesen sind, wählen immer mehr Patienten diese komfortablere Lösung. Wer Totalprothesen hat, kennt vielleicht diese Probleme. Sie sitzen oft nicht richtig. Man kann nicht mehr alles essen, was man mag. Das Essen schmeckt auch nicht mehr so gut, weil die Prothese das Zahnfleisch und den Gaumen abdeckt. Dazu kommen manchmal Druckstellen oder Speisereste setzen sich unter den Prothesen fest. Ganz zu schweigen von der manchmal umständlichen Verwendung einer Haftcreme. Dabei ist die Lösung ganz einfach. Vollprothesen können mit wenigen Implantaten pro Kiefer einen sicheren Halt bekommen. Die Patienten können wieder alles essen. Es schmeckt auch alles wieder wie früher, weil die Prothesen viel zirrlicher gestaltet werden können. Die Patienten können gründlicher kauen, was die Verdauung verbessert. Und sie haben wieder ein sicheres Gefühl beim Reden und Lachen. Implantate können Totalprothesen sogar ganz überflüssig machen. Manche Menschen können sich gar nicht an ihren herausnehmbaren Zahnersatz gewöhnen. Sie fühlen sich älter und beim Essen, Reden und Lachen eingeschränkt. Sie können sich auch nicht an den zahnlosen Anblick im Spiegel gewöhnen, wenn sie ihre Prothesen zum Reinigen herausgenommen haben. Manchen ist es auch peinlich, wenn ihr Partner sie so sieht. Mit mehreren Implantaten pro Kiefer und der Hauf befestigten Zähnen ist alles wieder wie früher. Sie haben komplett festsitzende Zähne, mit denen sie alles essen können und sich in jeder Situation sicher fühlen. Die Patienten gewinnen damit erheblich an Lebensqualität und fühlen sich gleich um Jahre jünger. Viele Menschen sind sich unsicher in Bezug auf Implantate und haben völlig falsche Vorstellungen davon, wie schwierig oder unangenehm eine Implantatbehandlung sei. Implantate werden seit über 50 Jahren gemacht und sind heute eine erprobte und bewährte Behandlungsmethode. Allein in Deutschland werden jedes Jahr über eine Million Implantate gesetzt. Die Implantation ist weitgehend schmerzfrei. Viele Patienten benötigen danach nicht einmal Schmerztabletten. Oft hören wir von unseren Patienten, dass sie sich schon viel früher Implantate hätten machen lassen, wenn sie gewusst hätten, wie problemlos das ist. Implantate haben statistisch gesehen eine längere Haltbarkeit als Brücken oder Prothesen. Sie können 30 Jahre und länger im Mund bleiben, wenn sie gut gepflegt werden. Bei Brücken und Prothesen ist das eher die Ausnahme und sie müssen oft nach einiger Zeit erneuert oder erweitert werden, was jedes Mal Kosten verursacht. Wenn man den anfänglich höheren Preis für Implantate auf diesen langen Zeitraum umrechnet, können Implantate unter dem Strich günstiger sein als jeder andere Zahnersatz. Und man gewinnt mit Implantaten eine erheblich bessere Lebensqualität und mehr Sicherheit, was nicht dem Geld aufzuwiegen ist. Mehr Informationen zum Thema Implantate und Zahnersatz finden Sie auf unserer Website. Dort können Sie sich auch einen kostenlosen Implantat-Ratgeber für Patienten herunterladen. Wir verfügen in unserer Praxis über eine langjährige Erfahrung in der Implantologie und die entsprechende Ausstattung. Wenn Sie Fragen zu Implantaten haben und eine persönliche Beratung möchten, rufen Sie uns einfach zur Terminvereinbarung an. Wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten es für Sie gibt. Machen Sie jetzt den ersten Schritt und vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin. Wir freuen uns auf Sie!